Bei der Wahl des richtigen Wirtschaftsstandorts dreht es sich ja eigentlich oft nur um Zahlen und Fakten. Die haben wir natürlich auch parat. Ein Kreis, acht Städte und unendlich viele Verbindungen. Im wirtschaftsstärksten Kreis Nordrhein-Westfalens. Mit einem Netzwerk aus über 29.000 Unternehmen, einer hohen Fachkräftedichte und mit über 70 Hochschulen und Millionen von Menschen in unmittelbarer Nähe. Und dazu eine hervorragende Infrastruktur, die hält, was sie verspricht und garantiert niemanden sitzen lässt. Hier ist die Welt überall direkt um die Ecke. Fragen Sie mal unsere Nachbarn. Ein Kreis, acht Städte und unendlich viele Perspektiven. In einem einzigartigen Umfeld mit einem starken Absatzmarkt, in dem sich Geschäfte gut entwickeln und Investitionen schnell rechnen. Unsere Branchen sind vielfältig und international. Neue Ideen erhalten durch uns die Unterstützung, die sie verdienen. Wir bieten unternehmerfreundliche Strukturen und schaffen ideale Voraussetzungen für die Branchen unserer Zukunft. Und ganz vieles bei uns ist wirklich schon längst digital. Unser Umgang ist wertschätzend und weltoffen und manchmal auch mit einem kleinen Augenzwinkern verbunden. Gewissen Traditionen fühlen wir uns gerne verpflichtet. Was aber eigentlich genauso viel zählt. Hier kann jeder gut leben. Und ihre Familie kommt garantiert nicht zu kurz. Das sind unsere Zahlen. Ein Kreis, acht Städte und unendlich viele Möglichkeiten. Für Business und Leben. Rheinkreis Neuss